Au! Ich wollte eigentlich cool im Wasserfall runterrutschen, aber naja, breche ich mir halt eben die Beine. Was soll das? Hey, hab ja zwei. So, jetzt nehmen wir mal Kohle mit und Eisen mit und alles, was wir hier so mitkriegen. Weil anscheinend sieht das hier unten nicht gerade aus, als ob hier viel ist. Also, ähm, gebietsmäßig, jetzt nicht rohstoffemäßig. Rohstoffemäßig sieht das hier schon cool aus. Oder wird es gerade schon wieder dunkel? Weil dann, äh, ruckelt es. Genau. Ja, es wird dunkel. Super. Und wer hängt in der dunklen Schlucht? Ja, genau. Ich. Oh, das hole. Was machst du denn dahinter? Ohne Kohle. So, dann wollen wir jetzt mal hier diesen Wasserfall hochcruisen. Cruise jetzt den Wasserfall hoch. Oh, da ist Eisen. Eisen. Guten Tag. Und nach oben. Ach ja, ach ja. Dit läuft, würd ich sagen. Hier kommt's Wasser her. Gut. Nein. Hallo, Schwein. Dann fangen wir mal an. Zack, zack. Hm. Okay, kein Ding. Nein, warum hab ich dann kaputt gehackt? Oh, Mann. Nö. Ich brauch doch gar nicht. Ich kann doch. Aha. Jetzt aber zack, hinaus. Ich hätte auch, bevor ich auf Expedition gegangen bin, eben noch, ähm, nein, Creeper, die Kohle in den Ofen werfen können, dass da wenigstens ein bisschen Glas produziert wird. Aber hey, was soll's? Kein Ding. So, da, leh. Ähm, wieder in die Kranke. Oh, was wollte ich denn jetzt machen? Wollte ich irgendwas machen? Ich wollte neue Werkzeuge machen, natürlich. Äh, die Holzdinger, die kommen jetzt einfach mal da rein, weil ich die nicht haben mag. Dann hab ich hier genug Gedönse, womit ich mir noch mal ein paar Sticks bauen kann. Mit den Sticks bauen wir uns ein paar Werkzeuge. Die Schauvel brauche ich ja doppelt. Ich hab ja eine mal wieder hinübergekriegt. Bauen wir uns noch Le Hacke. Und bauen uns nur zur Sicherheit noch Le Schwert. So. Sieht doch klasse aus. Du bist ruhig. Äh. Na toll. Na. Weg. Haha. Dem hab ich's gegeben. Es war nicht gerade besonders mutig, aber ich fand, äh, er hatte es auf jeden Fall verdient. So, dann möchte ich jetzt gleich vielleicht schon mal mit der zweiten Etage anfangen. Warum ich das alles so hin und her räume, weiß ich nicht. Sieht aber cool aus. Jetzt muss ich nur warten, bis es nämlich wieder ein bisschen, äh, heller ist. Dann muss ich mich noch entscheiden, wo hier der Aufweggang hin soll. Und was? Ich könnte aber... Falsche Kiste. Ich könnte aber mal eine Treppe bauen. So, mit der Treppe könnte ich nämlich dann... Da, 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 da. Da, 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 da. Ich könnte da auch noch eine Treppe hinbauen und da auch noch. Da, 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 da. Sehr schön. Wunderbar. Sehr gemütlich. Der Fußboden muss noch weg. Da möchte ich vielleicht auch Holzdielen hinlegen. Beziehungsweise, ich könnte die Erde noch weg. Na, ich lasse das erst mal so. Ich muss es ja jetzt nicht unbedingt übertreiben. Ja, dann, ähm, haben wir Glas. Sehr schön. Bringt uns auch nicht weiter. Aber ich könnte mal ein bisschen... was von der Kohle klauen. Könnte daraus dann, ja... noch so ein paar Fackeln bauen. Weil Fackeln kann man ja nie genug haben. Hallöchen. Wanns da? Ne. Du bist ruhig da hinten. Mit dir redet keiner. Hm... Ich könnte dafür... Tag, 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 tag. Was eigentlich voll doof ist, weil ich ja nicht unbedingt einen zweiten Ofen brauche. So lange kann ich jetzt auch noch warten. Kommt das Schweineschnitzelgedöns wieder da rein. Das pflanzt man, glaube ich, auf Erde an. Oh, ich habe sogar Seeds. Dann könnte ich sogar Getreide anbauen. Cool. Oh, ich könnte dich auch verteilen. Das ist wieder ein neuer... Äh! Wo ist er? Wo ist der Sausack? Ich finde ihn. Spinni! Na, ich glaube, die war in meinem Haus. Sicher ist sicher. Muss ja nicht direkt am Anfang schon. Spinni! Blöde Spinde, blöde Spinde! Blöde Spinde! Na, ich bleib hier drin. Bin ich ja sicher. So, wo geht eigentlich die Sonne offen hier? Anscheinend nicht da, wo ich immer hingucken kann. Schön. Hallo, Hund! Ist doch hier irgendein. Ist auch egal. So, den ganzen Rotzen können wir wieder da reintun. Die Kistufe. Die Kistufe, genau. Genau. Das läuft. Das ist alles Gebomsel, was kein Mensch braucht. Die pflanzen wir gleich. Das möchte ich vielleicht. Möchte ich? Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wo ich das pflanzen könnte, ohne dass da mal tausend Leute drüber watscheln. Ich hab mich natürlich mit eingeschlossen, aber schau mir mal. Da haben wir Erde. Ich wollte das zwar eh ändern in irgendwie anders, so so Holzdielen, obwohl das ja hier eigentlich schon... Da ist ein Mond. Das ist ein bisschen doof jetzt mit den Holzwänden da, beziehungsweise teilweise, also Holzlehm, nee, Holzerde, Sandwände. Da ist ein Mond. Der Mond ist aufgegangen, wenn es ruckelt wie... Wo ist es? Okay, kein Ding. Kein Ding. Alles super. Ja, es ist jetzt gerade relativ unspektakulär, weil... Na, was? Nein, ich hab so wenig... So wenig Happa, Happa und so wenig... Ja, komm, tun wir mal ein paar. Tauschen wir mal. Danke. Können wir schon mal das Glas so nach da, Sand nach da und... Ja, sehr schön. Machen wir ein bisschen Happa, Happa, dann können wir nämlich... Kriegen wir nämlich... Und überhaupt mehr Leben da und dann können wir vielleicht noch ein paar Monster hauen. Muss man mal gucken. Gucken, gucken. Gucken, gucken. Jo, es bratschneller. Könnte ich ja theoretisch gesehen, wenn das fertig ist, den neuen Sand reintun und dann kann auch ein bisschen Glas gebastelt werden. Jo. Du, Sand rein, schnirzels zu mir. Skeletor. Ah, Idiot. Wow. Genau, so sieht's aus. Ich geh raus und verhau Leute. Ja, ich merk's schon. Obwohl, es brennen ja bestimmt schon alle. Dein Zombie. Zombie. Meiner. Mit Anlauf. Blub. Äh. Guck mal, guck mal. Du brennst, Idiot. Level 5. Super. Noch nicht gestorben. Ist ja schon fast Cheaterei. Da hinten ist noch ein Zombie. Hier in dem Wasser-Ding ist bestimmt auch wieder einer, oder? Ne, ein Creeper. Ne, Herr Idiot. Habe ich Sand? Nein. Ich muss Sand holen. Mal eben kurz. Na. Da muss ich den Sand auch equipen. Das kommt nämlich hier. Trick 17 mit Selbstverarsche. Hoffe, das klappt. Ach, Mann. Kann man das nicht mehr? Ist ja fies. Hö, hö. Tschö. Hier hinten mache ich auch mal lieber so ein Pinocle hin. Dann lassen wir den Creeper jetzt einfach da hinten drin. Was soll's. Obwohl, ich könnte ja auch mal gucken. Woo. Den habe ich platt gemacht. Äh, komm ich hier nicht. Äh. Hier muss aber irgendwo eine Höhle sein, oder sowas. Weil da habe ich dieses Höhlen-Geräusch, glaube ich, gehört. Und wie auch immer. So, was wollten wir machen? Das Haus sieht voll schlimm aus. Vorhin fand ich es ja noch irgendwie in Ordnung. Aber mittlerweile sieht es irgendwie... ...schlimm aus. Und irgendwie voll asymmetrisch. Und überhaupt... Man kommt voll leicht aufs Haus. Und da ist ein Baum integriert ins Haus. Naja, was soll's. Ähm, kümmern wir uns mal einfach um die zweite Etage. Ich könnte auch einfach, um Platz zu sparen, das Ding immer weglassen. Ha, ha. Äh, du. Zack, du. Ja, gut. Platz sparen und Rohstoffe sparen. Ha. Ich hab's schon raus, würde ich sagen. Schick. Und... Ja, es hat wieder keine Fenster. Natürlich. Zu auch. Aber die kann ich ja nachträglich noch reinbauen. Hauptsache... ...da es Grundgedingens steht. Da... ...sollte ich vielleicht jetzt mal hier so hopp machen. Ja. Oh, alle. Äh, da. Zack, zack. Äh, zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, voll unspektakulär, was hier abgeht. Weil hier einfach nur ein Häuschen gebaut wird. So, dann, ähm... So, baue ich jetzt einfach auf einen Baum lang. Was soll's? Nein!